Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über das Krafttier Luchs. Heute möchte ich mit euch über dieses majestätische Tier sprechen. Ja, es ist ein sehr scheues Tier. Der Luchs ist ein Tier, das oft als Symbol für Stärke und Unabhängigkeit gesehen wird. Er ist ein ausgezeichneter Jäger und kann aufgrund seiner scharfen Sinne und seiner Schnelligkeit Beute in Sekundenschnelle erlegen. Als Krafttier kann der Luchs uns helfen, unsere eigene Sinne zu schärfen und unsere Intuition zu stärken. Er kann uns auch lehren, unabhängig zu sein und unsere Ziele mit Entschlossenheit zu folgen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Luchses ist, seine Fähigkeit in der Nacht zu sehen. Wenn wir uns vor Angst und Unsicherheit geplagt fühlen, kann der Luchs uns helfen, Klarheit zu finden und unseren Weg auch in dunklen Zeiten zu finden. Wenn das Krafttier Luchs in dein Leben kommt, hör auf seine Botschaft, nimm es ernst und versuch sie in die tägliche Praxis zu integrieren. Sei stark und unabhängig und vertrau auf die Instinkte. Wenn du dich mit ihm verbindest, stell sicher, dass du alleine bist, denn er ist ein Alleinkämpfer, sonst wird er dir keine Fragen und Antworten stehen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.